Hast du Freunde in deinem Leben oder Familie, die es verdient haben, ein Lächeln im Gesicht zu haben? Auf viele von ihnen trifft zu, was ich dir gleich sagen werde. Und wenn du das gleich auch fühlst und wenn du Lust hast, diesen Menschen eine Freude zu machen, dann teile dieses Video, teile diese Worte mit diesen Menschen. Aber nur, wenn du es wirklich auch so siehst. Es geht gleich nicht vielleicht um alle Menschen, die du kennst oder um alle Menschen, die du in deinem Leben hast, sondern nur um manche Menschen. Manche Menschen wissen nicht, dass ohne sie etwas fehlen würde. Manche Menschen wissen nicht, dass wir uns freuen, sie zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, dass ihr Lächeln ansteckend ist. Manche Menschen wissen nicht, dass wir uns wohlfühlen in ihrer Nähe. Manche Menschen wissen nicht, dass wir ohne sie viel ärmer wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Manche Menschen wissen nicht, wie dankbar wir sind, dass es sie gibt. Manche Menschen wissen nicht, wie sehr wir sie schätzen und lieben. Sie wüssten es, wenn wir es ihnen sagen würden. Wenn du jetzt Lust hast, Menschen in deinem Leben, Freundinnen, Freunden, Bekannten oder Menschen aus deiner Familie eine Freude zu machen, dann teile dieses Video oder verschicke es an einzelne Menschen. Wenn du es nicht machst, dann ist alles so wie vorher. Wenn du aber zu den wenigen Menschen gehörst, die stark genug sind, ihre Gefühle auszudrücken, dann teile es und schon gleich werden manche Menschen ein Lächeln im Gesicht haben. Schön, dass es dich gibt, dein Björn. Schön, dass es dich gibt.